Schaffen wir es, Pennywise in den Backrooms zu finden? Guck dafür das Video bis zum Ende, lass ein Like und noch Abonnenten, let's go! Wir sind zurück, denn ich bin der hier! Warte mal! Der bist du! Ein Backrooms-Monster! Oh yes! Wir haben nämlich ganz, ganz viele neue Monster bei dem neuen Updates hier bekommen, die wir suchen müssen, Kasper. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob wir die alle finden werden, ne? Ich weiß, ich weiß, wir werden jetzt auf jeden Fall suchen. Wollen wir schon mal hier... Oh mein Gott, rechts rum lang gehen. Oh mein Gott, ich muss jetzt als Backrooms-Monster spielen. Wir haben jetzt hier Minions, Spider-Man, die haben richtig coole neue Sachen auf jeden Fall. Hier lang? Also die Backrooms sind ja unendlich, von daher hättest du mich auch nicht gewundert, wenn da nicht neue Sachen kommen würden, weißt du? Ja, also irgendwer hat auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass beim Portal noch eine Sache ist, die wir übersehen haben. Okay, dann lass mal reingehen hier. Lass mal ganz kurz reingehen und schauen, ob wir... Oh, hier war diese Obby, ne? Da hängt doch was. Wo? Da ist doch was, hier. Hä, das ist der Pokal da? Ja, siehst du, der hat mir letztens nicht willkommen, oder? Ne, der war da glaube ich noch gar nicht letztes Mal, oder? Okay, das ist auf jeden Fall dann auch nicht schlecht. Dann lass mal hier kurz rüberspringen. So, zack. Das muss das, oder ist das das? Und dann gehört jetzt ein Pokal hier, äh, Pokal rauf. Ja, let's go, hier, zack. Und zwar ist es der... Oh mein Gott. Oh, ich bin gestorben. Was für die Figurs. Äh? Äh, als ob. Ich bin im letzten Jump gestorben. Wie kann ich mich zurücksetzen, der springt voll schlecht hier, der Speckrooms-Monster. Äh, du musst dann unten links, ist so ein Fragezeichen. Ah, hier, oder was? Ah ja, okay, so, zack. Ruh springen. So, ey, was ist das denn, ist das so Snoopy oder sowas, oder? Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist, aber ich glaube... Okay, na gucken wir mal, was wir noch da finden. Also, irgendwer meinte, ob das vor allem auch hier was wäre, aber ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, ne? Also, da ist ja das Backroom-Unter uns, das ist ja nicht schlimm. Oh! Nein, 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 stimmt, es kommt. Aber hier ist nichts zum Einsammeln, ne? Ne, 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 ich sehe auch keinen goldenen Pokal, oder ist das ein Geheimgang irgendwo? Hm, ich gucke gerade, ich sehe aber auf jeden Fall keinen Geheimgang. Also, ich glaube, wir können uns kurz zurück teleportieren. Ja, glaube ich auch. Lass mal zu den Destroyed Backrooms hin. Ja, okay, let's go. Okay. Hier ist ein Hammer, guck mal. Hä, da waren wir schon mal, hier waren wir schon mal. Hatten wir schon auch mit dem Tor aufgewacht? Ja, 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 ja. Hier, warte mal, hier hoch. Oh mein Gott. Lol, hier geht's raus. Und es ist hier, diese Figur. Pippi, oder wie die heißt. Popcat, Popcat ist das. Ja, Pippi heißt die doch. Ja, Pippi, genau. Alter, um Gottes willen. Du musst ganz dringend Pippi. Oh, da ist einfach so ein Fies zu hoch. Okay, hier, pass auf, pass auf, pass auf, wir ausweichen, ausweichen. Den Schlüssel hatten wir nämlich auch schon. Den haben wir, das haben wir doch schon gemacht, oder? Okay, warte, ich check's trotzdem mal lieber ab. Ja, safe, safe. Vielleicht kommt da auch jetzt gleich ein Raum, wo auch was Neues ist oder so. Das kann auch sein. Das könnte echt gut sein. Also das Ding ist, wir waren ja letztens schon in ein paar Räumen. Da war, aber, nee, das haben wir schon. Haben wir schon, okay, ja gut. Okay, dann lass mal hier jetzt kurz zurückgehen. Ja, lass uns mal, lass uns mal durch Game, zu Game, ne Madness. Wollen wir da mal hin oder was? Oder wollen wir einfach zurückspringen? Wo Madness? Du konntest dich zur Game Madness teleportieren. Nee, nee, da wollen wir doch nicht hin. Lass mal kurz gucken, dass wir hier... Lass generell mal gucken, ob wir irgendwo... Das ist Minion. Warte mal, hier ist ein Minion, Kaspar. Hä? Du hast recht. Du denkst, wir müssen... Äh, aua, ich bin gestorben. Ja, du hast recht. Aber wir können gucken, lass reingehen im Aufzug. Ja, okay, komm. Was ist denn, dass man hier lange was hat? Naja, ich denk eigentlich auch. Oh! Oh! Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Hier, warte mal. Hier ist was Neues. Was ist das denn? Was ist das denn? Irgend so ein Partyhut. Was ist das denn? Glitchpile. Glitchpile, ja? Ja, wie soll das denn sein? Haben wir den letzten Mal auch übersehen vielleicht? Don't touch. Könnte echt gut sein, dass wir es übersehen hatten, ne? Waren wir hier schon in dem Geheimgang drin? Ja, ne? Waren wir letztes Mal. Ja, ja. Mach auf jeden Fall das Tor auf. Oh, ist auf, ist auf. Okay, okay, lass schnell durchgehen. Vielleicht dann auch wir, dass wir es übersehen hatten. Ey, du schubst mich voll. Du schubst mich. Aber hier waren wir schon, ne? Hier waren wir doch schon, oder? Ja, ich würde auch sagen, ne? Also hier ist auf jeden Fall auch nichts Neues. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Der war nicht im Fahrstuhl. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Banane. Wo könnten wir die jetzt finden? Können wir die vielleicht auch kaufen hier? Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre eine Banane. Aber das ist keine. Ich glaube, wir müssen... Den Morph haben wir schon. Hier ist auch nichts verstanden. Da ist nur Talking, Ben. Also es muss irgendwo anders, muss es für Banane gehen. Achso, ja gut, dann gucken wir mal nach links hier. Hier jetzt durch, oder was? Zeig mal. Genau, jetzt musst du hier die Banane geben. Mr. Minion, ich habe die Banane für Sie. Hier, bitte. Wir haben auch den Hammer, ne? Ja, ich habe noch einen grünen Schlüssel. Ah, direkt hier. Ich glaube, wir wurden auch nicht. Aber pass auf, wir haben jetzt noch weitere Charaktere wie... Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch richtig viele. Wir haben so viele noch. Guck mal, hier ist sogar... Wer ist noch neu? Alter, so mit einem Auge und so. So foxy und sowas. Lass mal hier durchgehen. Guck mal hier. Oh, ich bin durch meinen Minion. Wo bist du? Hier, hier hinten bin ich. Wir können nämlich hier so eine Tür auf... Ey, der ist schon wieder da. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Stimmt. Der verfolgt uns, glaube ich. Glaube ich auch. Kein. So, dann können wir jetzt hier, glaube ich, mal durch. Ja, ja. Meinst du, er ist auch... Hier ist einer. Ich wusste es. Wo hast du denn hier einen? Oh mein Gott. Ach, da. Da, lol. Oh mein Gott, wir sind so blind, ne? Und wir können hier theoretisch auch nochmal runtergehen, ne? Hä? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Lol, da ist irgendwas. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da kommen wir hin zu den Monstern hier. Oh mein Gott, hier sind voll viele noch. Wir brauchen TNT. Okay, lass mal kurz gucken. Warte mal. Hier ist ein Morph. Hier hinter. Oh, als ob. Da ist echt ein Morph. Guck mal. Hier direkt hier hinter versteckt. Warte ich mal, das ist ganz kurz weg hier. Spider-Man. Als ob. Was? Einfach Spider-Man. Okay. Ey Mann, der gehören die ganze Zeit gegen mich. Oh Mann, der soll mal abhauen. So, und jetzt. Jetzt müssen wir hier vorne so eine Obby machen. Ja, ja. Und dann müssen wir das doch mit dem TNT aufspringen. Ja, ich glaube das TNT ist da vorne irgendwo. Aber haben wir nicht schon die Obby hier gemacht sogar? Ich habe das noch nicht gemacht. Oh mein Gott, das war ganz knapp. Mann, du kannst doch glaube ich meinen TNT benutzen. Ja, warte mal. Ich springe jetzt hier einmal ganz kurz rüber. Uah. So. Das ist auch neu. Okay, warte. Ich muss hier nochmal rüber springen. Genau, mach du mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz hier rechts. Wie schwer war der? Oh mein Gott, ich habe es. Okay, und jetzt wo muss ich lang hier? Oh nein, wo ist Patrick? Da ist Patrick. Ich kann hier vielleicht die Tür aufmachen. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe hier. Was ist das denn für ein Morphia? Hast du auch Patrick Morphia? Hast du schon, ne? Ja. Wo hast du das TNT gefunden? Oh. Hier in der Ecke. Hier in der Ecke. Okay, habe ich. Okay, ich komme wieder runter. Ich spreng jetzt auch die Tür auf. Endlich. Ich sage mal, das hat ja mega lange gedauert. So, hier rum. Wo ist die Tür? Da vorne. So, TNT platziert. TNT ist platziert. Es geht los. Pass auf da, pass auf da. Oh mein Gott, es ist aufgesprungen. Wie krass. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt. Vielleicht kann ich jetzt die Tür aufmachen auch für dich. Ja, mach mal. Ich habe den Schlüssel und habe aufgemacht. Nein, ey, ich komme mal nicht durch. Was ist das für unfair? Oh mein Gott. Aber ich habe den Morphia schon. Ja, aber ich will den auch haben. Ja, ja. Hier lang. Dann hole du den Schlüssel und mach die Tür auf. Ich gehe schon mal weitergucken. Ja, ja, ja. Mach mal gucken. Mach ein bisschen weiter. Ja, wir haben noch weitere Morphs, wie zum Beispiel, oh, mir fehlen noch zwei, vier, sieben. Was? Mir fehlen einfach neun Morphs noch. Da sind ja auch voll viele neue dazugekommen. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch den Schlüssel am Start. Mach auf hier, zack. Und wer ist das? Wow, ich habe einen neuen Morph gefunden. Game Pass. Wo bist du gerade? Wo bist du? Was ist zwei plus zwei? Vier. Hä, wo bist du denn hin? Bist du in den Noclip-Dings? Nee, ja, genau. Und dann? Vier plus eins mal zwei, auch vier. Wo bist du denn dann hingelaufen? Hier oder was? Ich bin durch das Tor hier gegangen. Da. Zeig mal. Ey, ich habe das frei. Und zwar ist es der Backrooms-Monster. Ich musste ein paar Marken auf dem lösen. Hier, vier, zwei plus eins mal zwei. Oh Gott. Hä, war easy, auch vier. Das war ja richtig leicht. So, warte, mach ich mal ganz kurz mal hier auf. Weil ich vielleicht hier noch... Hast du versteckt? Oh, der Esel, der blöde Esel. Hau ab hier. Der ist echt blöd, der Esel. Wow. Aua, der tut mir weh hier, der blöde Esel. Sollen wir abhauen. Hier war Schreck, ne? Ey, wieso komme ich da nicht durch? Oh, Schreck. Ey, der killt mich gleich, der Esel. Du bist ja auch schlecht heute. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Die Barrikade... Ich bin tot. Also echt, wie kann man vom Esel sterben? Ich bin einfach vom Esel... Egal, such du mal da unten weiter. Ich gucke mal hier oben weiter, ob wir was finden. Ja, aber hier unten ist auch gerade gar eines mehr. Ich komme jetzt mal ganz kurz zurück. Und zwar zum Spawn. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier in diese Richtung, dass wir hier was finden. Komm mal mit hier. Und zwar jetzt hier lang. Hier lang? Ist doch genau das Erbewege. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt hier links. So, ich gehe wieder durchs Tor. Okay. Und jetzt springe ich runter. Oh, sehr gut. Guck mal, der hat auch schon geschrieben, warten wir auf Brocks, weil du so lange brauchst. Also echt, ne? Ist so. Ich will jetzt nicht über deine Obby-Skills hier reden. So. Also, was soll das... Oh mein Gott. Also, du musst hier... Den Schlüssel hast du, ne? Jetzt hast du aufgemacht. Ich habe den Schlüssel. Und jetzt komm mit. Wir stehen jetzt noch fünf Morphs. Ja, sehr gut. Jetzt komm mal mit hier. Wir können nämlich hier in diese Wand reingehen, ne? Ja, damit kommen wir wieder nach oben, wo wir eh noch nicht waren. Ah, okay. Lass mal da reingehen. Und dann lass mal jetzt hier lang gehen, durch die ganzen Arme durch. Da waren wir doch aber auch schon mal, ne? Glaub ich. Oh Gott. Oh Gott. Naja, das Ding ist, wir kamen halt immer neue Morphs an verschiedenen Orten. Oh, oh. Woppa. Okay, durch hier. Auf Shrek. Schieß Shrek ab. Oh, ich gehe durch hier. Und jetzt? Wohin? Schieß es ab. Hier aufmachen? Okay. Hier geht die Tür auf. Hier ist das Brett. Ich erinnere, da ist noch. Das mit dem Brett und so. Ja, das mit dem Brett hatten wir. Aber vielleicht ist hier noch irgendwas anderes, was wir noch übersehen hatten. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Mal gucken, hier vorne vielleicht. Oh, der müsste ja das Brett aber... Oh, warte, er platziert das Brett, glaube ich, hier hin. Ja, ja. Muss es hier platzieren? Ja, ja, muss hier hin, muss hier hin. Ach, nein. Warte mal. Ja, jetzt hier, da muss es eigenständig platzieren. Okay, warte, ich muss auch ganz kurz. Pass auf, Shrek auf, der zieht da schon wieder ganz schön durch gerade. Ich weiß, ich weiß, ich habe mein Brett jetzt hier am Start. Ja, rauf da, sehr gut. Okay. So, okay. Und jetzt hier durch. Und jetzt ist hier nämlich die Speedmonster. Die Speedmonster ist hier jetzt... Vielleicht ist jetzt hier nochmal ein neues Monster irgendwo. Oh, Gott, oh, Gott. Okay, du mal... Ja, rechts? Hä? Hier war das... Nee, 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 hier waren wir schon, hier waren wir schon. Ja, ich weiß, aber wir waren bei den anderen Sachen auch schon. Da oben? Nee, da auch nicht. Nee, haben wir alles schon. Hab zu spawnen. Dann lass zurück spawnen, lass zum Game Madness, glaube ich. Game Madness, okay, let's go. Aber hier waren wir irgendwie auch mit Sonic, ne? Ja, der müsste hier sein, aber vielleicht ist jetzt hier auch was... Hä? Was ist das denn? Nee, was ist denn hier rechts? Wieso? Was meinst du? Ventura? Der Schlüssel ist safe hier drin. Der Schlüssel ist safe hier irgendwo. Piggy gackt. Piggy hatten wir schon. Stimmt, aber hier ist ein Schlüssel irgendwo, ne? Der Lille, ne? Mal gucken, ob Pennywise hier irgendwo rumläuft. Hier ist Leute, die ich noch nicht habe. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Die Katze, das ist die Katze. Bei Sonic, die heißt rechts. Wo bist du? Oh mein Gott, bei Sonic rein und dann rechts. Oh nein. Okay, ich komm. Gut, dass wir geguckt haben. Oh, ich bin gleich tot. Pass auf, ich logge ihn weg für dich. Ich logge ihn weg für dich. Oh mein Gott, das ist richtig schnell. Oh mein Gott. Er hat mich getroffen. Da ist hier noch was Neues. Die Katze stimmt. Okay, ich habe die Katze. Sehr gut. Hier ist schon mal nichts, aber da ist noch ein neuer Weg, glaube ich. Ich glaube, der ist auch. Oh nein, Sonic. Linkseine Weg. Oh Mann. Oh, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt, wo könnte denn Pennywise sein? Das ist ja neu. Also, wenn die Leute es wissen, könnte ich es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ah, hier ist jetzt hier wieder die richtige Kiste aus... Ah. The right one. Oh Gott, oh Gott. Schnell rüber springen. Hä, ich berühre das gar nicht. Das hatten wir auch schon. Aber ich glaube, dann müssen wir noch auf ein neues Update warten. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, die Leute schreiben uns mal die Kommentare, wo wir Pennywise finden werden. Genau. Und die anderen drei hier unten. Ja, safe, safe, safe. Wo finden wir die hier? Freunde, wir haben es geschafft. Die meisten zu finden, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr denkt, wo die letzten Morphs sind, dann schreibt es gerne rein. Tut mir den Fallen, checkt eins von den beiden Videos aus. Wir sehen uns morgen nächste wieder. Dann wunderschön Tag. Bis dahin und ciao, ciao.